So Leute, jetzt sind wir beim nächsten Video. Outlaws of Thunder Junction, Playbooster. Ob sie diesmal wirklich besser sind und ob wir endlich gute Playbooster haben, sehen wir in diesem Video. Aber bevor wir starten, dieses Video ist gesponsert. Und zwar vom lieben LipLab1. Der hat mir dieses Display zur Verfügung gestellt. Da kommen demnächst noch zwei andere Sachen, die von ihm zur Verfügung gestellt werden. Vielen, vielen, vielen Dank an dich. Wenn ihr das Video schaut, schaut mal beim lieben Fabi aka LipLab1 vorbei auf Cardmarket. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dort könnt ihr mal schauen, ob ihr vielleicht Karten, die ihr hier seht, die ihr vielleicht haben wollt, bei ihm kaufen könnt. Zusätzlich könnt ihr ihm natürlich auch gerne bei Instagram folgen. Da zeigt er immer wieder coole Karten, die er verkauft und auch so, was er so aufmacht. Es gibt immer wieder Gewinnspiele und ist eigentlich ein cooler Instagram-Kanal. Und ja, wenn ihr das tun wollt, vielen, vielen Dank. Das ist kostenlos. Liken ist kostenlos. Abonnieren ist kostenlos. Glocke aktivieren kostet euch Nerven. Aber es wäre cool, wenn ihr es machen würdet. Und natürlich, jetzt muss ich auch der Vollständigkeit halber direkt machen, wenn ihr mich monetär unterstützen wollt, ich habe Patreon. So wie die Leute, die jetzt hier gerade schön im Video drin sind. Das sind alles Leute, die mich monetär unterstützen, mir monatlich ein bisschen Geld zu schieben. Und ja, schaut mal, was dabei ist. Egal, ob 3 Euro, 8 Euro, 15 Euro, irgendwas in dieser Richtung. Ihr könnt euch aussuchen, was es ist. Je nachdem, bekommt ihr eine Kleinigkeit pro Monat von mir. Vielleicht auch nur so ein Dankeschön von hier. Oder ihr seid ein kleiner, stiller Supporter. Schaut, wenn ihr das machen könnt. Sehr, sehr gerne, wenn ihr nicht könnt oder wollt. Ist es nicht schlimm. Dementsprechend schaut einfach nur vorbei. Wir schauen auf jeden Fall jetzt mal hier rein. Aua. Ich habe mich geschnitten. Papier ist schwierig, aber ich blute jetzt die Karten nicht voll. Das ist das Wichtige. Zumindest sehe ich nichts am Blut. Und genau, gucken wir mal rein. Playbooster. Wie immer bei Displays. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Booster einzeln komplett zeigen. Sondern es geht darum, dass ich euch ein bisschen einen Eindruck verschaffe. Wir gehen relativ zügig vermutlich durch dieses Display durch. Und, ähm... Discover the coolest cards. Okay. So. Wie immer, wir gehen relativ zügig durch, damit ihr einen groben Eindruck davon habt, was dieses Display für euch bereithält. So, gucken wir mal rein, was wir so haben. Die ganzen Cummins. Oh yeah. Lavas Booboots. Direkt eine geile Ankamm gezogen. Return to Favor. Auch eine sehr coole Karte direkt gezogen. Und Blooming Marsh. Ein Land. Clearshot. Sehr cool. Fängt direkt sehr, sehr, sehr gut an. Das wird gut. Das wird gut. Ich denke, das wird... wird... wird nice. Ich habe nur so ein Problem damit, dass ich andauernd denke, dass hinten so richtig die krassen Sachen drin sind. Aber es sind sie eigentlich gar nicht. Also, äh... Diese, ähm... Full Arts, sage ich mal, werden tatsächlich an jedem Booster drin sein. Plan the Haste. Duallist of the Mind. Das ist die Karte des aktuellen Champions. Abrupt Decay. Sehr geiles Artwork. Aber das sind die Karten, wo ich mir denke, so, Special Artwork. Nee, ist nicht Special Artwork. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Foil Island Treasure. Oh. Die Displays sind relativ günstig. Nicht so günstig wie Karl of Manor. Aber relativ günstig in Magic Terms. Ähm, wir haben leider immer noch den Punkt, dass Magic sehr teuer ist. Uh-uh. Übrigens, Return from the Posse ganz cool. Ornay ganz cool. Humilate ganz cool. Rooftop. Ja. Ähm, und... Ich finde es halt spannend, dass sie jetzt schon wieder daran rum expandieren, weil... In diesem Display ist keine Liste drin. In diesem Display ist keine Liste drin. Sie haben dieses Big drin. Oh, das ist so großartig. Er hat Schutz vor Kojoten. Und wir haben vielleicht... Vielleicht ziehen wir noch den Kojoten. Vandalasso. Nightpoint. Uh. Bruce Tahl. Sehr cool. Up to nice. Und kaum. Denn wir haben hier hinten drin nur die... Ähm, diese... Diese... Diese Special Guests, die sehr selten sind. Oder eben die Möglichkeit, ein Big zu ziehen. Und bei den Bigs ist es halt so, dass wir da sehr cool Courtyard nicht so viele ziehen können. Barone, Bad Ramey Greywater. Okay. Und ein Screw of the Critics. Eine der besseren Karten, die man hier rausziehen kann. Außer es sind Special Slots. Nicht Value-mäßig, aber für mich als Legacy-Spieler. Denn so viel ist da gar nicht für die Legacy-Spieler drin. Uh, Double Down. Sehr, sehr gute Karte. Crime and Punishment, auch eine gute Karte. Ja. Aber Double Down wird tatsächlich vielleicht relevant für alle Leute, die es nicht wissen. Double Down ist eine Mythic, die halt Assassins verdoppelt. Sollte Assassin's Creed ein cooles Set werden, was wir alle ja leider nicht wissen, dann, äh, naja, wäre hier eine Möglichkeit, dass ihr jeden Assassin doppelt bekommt, was einfach sehr, sehr cool ist. Muss man einfach sagen. Das ist schon... Da ist der Koyote. Kein Koyote. Hell to pay. Sword of Wolf and Power. Oh mein Gott. Protection from Instant and Sorceries. Wenn die Krypte Karte kriegt, man einen Treasure-Token und kann Instant and Sorceries. Geil. Back for more und voll. Ja. Golem. Das ist ein 3-3-Golem. Damit kann ich nichts anfangen. Ich brauch 4-4-Golems. Ähm, ja. Sehr, sehr cool. Solche, solche Sachen. Die sind Artkarten drin. Dann sind die ja richtig selten mittlerweile geworden. Und ui. Ui. Die ist cool. Die ist cool. Ich weiß nicht, was es ist. Pillage the Bock. Aber die ist cool. Lone Shark. Oder auch Kredit High zu Deutsch. Generell muss ich sagen, finde ich es ganz witzig, wie viele, äh, Wortwitze einfach in diesem Set drin sind. Nimbo. Uh. Laughing Jasper. Der ist sehr stark. Arkmage Charm. Auch sehr gut. Und diese Wortwitze, die hier drin sind, sind einfach mega. Also es gibt so viele gute Wortwitze in diesem Set. Es gibt zum Beispiel einen Zug. Vielleicht ziehen wir den noch. Den kann man nur einmal pro Zug aktivieren. Ähm, weil es ein Zug ist. Es ist teilweise sehr großartig. Haufenweise von diesen Ländern. Hindering Light. Planes. Jetzt hab ich das erste Mal, dass wir so einen Planes ziehen. Da hoffe ich ja noch auf die Collector Booster. Weil die Länder finde ich echt schön. Die finde ich wirklich gut gemacht. Und, ja. Das ist schon ganz nice. Und Calamity. Fling. Die in richtig Special Artwork. Die hätte ich gerne. Mountain. Hm. Immer in Mountain. Ja, Fling hätte ich ganz gerne, um sie meinem besten Kumpel zum Geburtstag zu schicken. Denn ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Ich hoffe es, dass es früh genug ankommt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Rico of the Many Paths. Real Pulse. Und Forest in Feuer. Immerhin. Aber bis jetzt noch keine Sachen, wo ich sagen würde, boah, Heavy Hits. Heavy Hits. Holy Cow. Und der Coyote. Another Round. Und ein Topo Orb. Sehr hübsche Topo Orb. Savage Smash. Ja. Dieses Big ist doch nicht hinten in diesem Lidslot. Das verwirrt mich ein bisschen. Weil eigentlich dachte ich, dass wir hinten in diesem Lidslot, aber irgendwie ist es das nicht. Ich komme da nicht mehr hinterher. Sie verändern einfach zu viel diese Booster. Oh, Premium Might. Double Foil? Hey. Jetzt bin ich endgültig verwirrt. Warum habe ich hier eine Double Foil drin? Und eine unterschriebene Karte, by the way. Die könnten jetzt mittlerweile wieder was wert sein, weil sie eben nicht mehr in jedem zweiten Booster eine unterschriebene Karte drin haben. Und ja, keine Ahnung. Mal gucken. Dann gucken wir mal ein paar weiter. Ich bin noch ein bisschen Squirrel. Rush the Dead. Tyrant Scorn ist tatsächlich eine sehr coole Karte. Aber auch nichts wert. Hm. Hm, hm, hm. Also wir haben eine Menge von den Ländern. Das ist schon mal gut. Die Länder sind gar nicht mal so bad wie immer. Rare Lands sind wie immer ganz gut zu haben. Braska, The Silencer. Ja. Um die ranken sich ganz viele Mythen, wie die zu spielen ist. Adledge Pillage. Schon wieder ein Double Rare. Weil sie wird ja zu einem äh, 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 Treasure. Und am Anfang waren ganz viele Leute so, hm, sie wird ja nicht zusätzlich zu einem Treasure. Was bedeutet denn das? Mittlerweile sind die, äh, Sachen draußen, die, ähm, wie man die Karten spielt, die Rules-Sachen. Und, äh, ja, mittlerweile gibt's dafür, äh, eine Regelung. Stoic Sphinx. Die hat mir mein Previews gewonnen. Ich hab den Previews bei Kelsor Café gewonnen. Ähm, in Lage. Und die hat mir das Previews gewonnen. Magda Hortlow Mount, ganz cool. Und Void Slime. Ja, das, äh, das ist nicht schlecht gewesen. Double Rare. Magda ist halt die Preview, die, äh, Buy-A-Box-Promo. Dementsprechend nicht ganz so krass. Aber es ist eine coole Karte tatsächlich. Ich glaube auch, dass man sie demnächst noch mal öfter sehen wird. So, gehen wir weiter. Zack, 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 zack. Die Kack-Kack-Tarantula. Die ist in Deutsch auch richtig, richtig weird. Uh, Stickshot, schau auf. Der ist ein bisschen was wert, das weiß ich. Der wird halt vielleicht in Pioneer gespielt. Und, mhm, Tanijon Vista. Wenn das Spiel kommt, kriegen wir einen, äh, suchen wir uns eine Farbe aus. Und wir kriegen eine Mana-Lie-Farbe. Oder für einen Mana-Tappen kriegen wir für jedes Mono-Color permanent mit der Farbe einen Mana. Das ist mega geil. Das ist wirklich, wirklich cool. Scorpion Dragon. Ja, wie ihr schon merkt, ich geh jetzt nicht auf die einzelnen Rares ein. Ich geh auch nicht, wie ich das sonst immer mache, dass ich jede einzelne Rare wirklich durchgehe. Ähm, sondern ich geh so ein bisschen durch die Kams und Ankams durch und rede einfach nur über die Karten. Ihr merkt, ich bin, uh, ah, cool. Den kann man ganz cool benutzen, weil man mit dem halt Karten reipoten kann. Nochmal Clear Shot. Ihr merkt, ich bin mit dem Format des Displays Opens nicht ganz so getraut. Ähm, viele Leute schreiben immer wieder drunter und sagen, mhm, Blacky, kannst du bitte die Preise einblenden? Nein, kann ich nicht. Das ist eine Sache, die ich nicht tun werde. Auch wenn ihr das wollt, es tut mir leid, das werde ich nicht tun. Denn es macht für mich, uh, Tiny Boat, Chance ab, das Ganze ein bisschen kaputt. Noch eine unterschriebene Karte von so einer Klimpern. Ich höre es direkt klimpern. Mir hört es noch direkt klimpern. Das Problem ist halt, es macht es für mich so ein bisschen kaputt. Es ist nicht mein Display, ich mache das für einen, einen, einen Freund und Kollegen auf. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, hm, das war ein schlechtes Display oder das war ein gutes Display, dann übrigens, hier, once per turn, only once each turn. Das ist halt wirklich die deutsche Teil. Es ist halt der Zug, der einmal pro Zug benutzt werden kann. Uh, Kellern, Chance ab. Okay, ich dachte gerade, es wäre Mana, Mana Vault, Mana Crip, Mana Drain. Naja, und auf jeden Fall ist es halt so, dass es mir das irgendwie kaputt machen würde. Und, naja, dementsprechend mache ich das nicht. Ähm, die letzten paar Mal wurde mir immer gesagt, ich mache es zu langsam. What? Double Mythic. Wir haben Geralt, den Flush Ride, der macht, äh, ganz viele Zombies, das ist ganz cool. Und den Railbreaker Drawler, der macht richtig viel Power, der macht richtig geil an Bord. Vanishing Verse, das ist tatsächlich die Karte, die wir gerade eben gezogen haben, sehr cool. Oh, schon wieder ein Double Feuer, das ist mit den Foils. Finde ich stark. Ich schweige die ganze Zeit ab. Ja, wie gesagt, also normalerweise lese ich immer die Rares vor und die Mythics vor und, ähm, dann dauert das Display Opening so 26, 27 Minuten. Ähm, das finden manche Leute auch ganz cool. Uh, Molten Duplication, das ist auch eine richtig gute Karte. Uh, Creavity, auch eine gute Karte. So viele gute Karten. Aber, ich wollte jetzt einfach mal durchgehen und wollte mal einfach so ein bisschen aufmachen mit euch in meinen Gedankenteilen, was ich so für gute Karten finde, was ich nicht für gute Karten finde und wie sich das so anfühlt. Ich werde bei dem, äh, Collector's Display und bei dem Bundle, die ich noch aufmachen werde, ein bisschen anders vorgehen. Ihr könnt mir hier drunter schreiben, wie ihr diese Art und Weise des Openings findet. Manche Leute finden es ja besser, wenn man schnell drüber geht, wenn man, äh, Thornado, Savage Smash and Fall, leider nicht das Fling, das Fling and Fall wäre der Hammer. Ähm, manche Leute finden es ja besser, wenn man so durchgeht, wenn man so ein bisschen einfach opent und irgendwann vielleicht einen Big Hit hat oder hoffentlich einen Big Hit hat ähm, und sich dann einfach ausrastet oder manche sagen halt, nee, lese bitte jede einzelne Karte vor, das werde ich halt nicht können. Turnfavor, aber gut. Dann haben wir den Herzwort Boss, Outlaws und, ja, Kram. Aber, ich dachte mir, ich teste mal ein bisschen rum, weil so oft öffne ich halt keine Displays. Das sage ich immer wieder und in letzter Zeit wird es echt viel, weil echt viele Leute mittlerweile hingegangen sind und mich unterstützen dabei. Time We Wacken, Journey to Nowhere, uh, der Claimer, die Pest-Token, dass es einfach dieselben Pest-Token sind wie damals. Naja, und, ähm, dementsprechend will ich halt versuchen, so einen Sweet-Spot zu finden für, für Dinge, ähm, wo ich halt zum Beispiel bei den, äh, Drafts und Set-Boostern so ein bisschen durchgehe, nicht alles, oh, Fibberzip, nicht alles direkt Spoilere, sondern wirklich nur drei, drei Elche, wofür die wohl stehen können, sondern halt auch so ein bisschen hingehe und die Möglichkeit schaffe, dass man einfach sich so ein Display anguckt und sagt, hey, möchtest du ein Display aufmachen? Und dann gehe ich da einfach durch und, äh, zeig, was cool ist, was nicht so cool ist, sag am Ende noch, ob ich es ein gutes Display fand oder nicht. Uh, wir haben Loot, The Key of Everything, der ist ja aktuell so ein kleiner, kleiner All-Star-Hero, sag ich mal, mit Wards, minus Upkeep, extrem wenig sowas in Karten und, ähm, die nicht Land-Permanenten, die wir kontrollieren, also die Typen, und diese Karten können wir hier drin spielen. Der wird aktuell auch super hart gehypt. Primal Command, kein schlechter Command. Ja. Auf jeden Fall, das ist die Begründung, weshalb ich jetzt nicht mehr jede Rare und Mythic vorlese, auch wenn ich das sonst immer getan habe. Ich hoffe, es ist okay. Jetzt kommen die ganzen Daumen nach unten von den Leuten, denen es überhaupt überhaupt nicht aufgefallen ist. Comeback the Punisher, sehr, sehr geile Karte. Immer wenn wir Crime Committen, können wir eine schwarze Karte spielen. Ich glaube, der wird ganz cool. The Belly-Gore, die weiß gar nicht, wo die hier ist. Immer wenn eine Aura, kriegt man Stuff. Pest in Ovation mit Grün und X. Foil. Haben wir schon eine Foil-Rare gezogen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, Foil-Rares sind noch nicht gezogen worden. Wodurch ich noch die Chance habe. Oh, nochmal Chaser. Ride Down. Wirklich irgendwas richtig Cooles in Foil noch zu ziehen. Das wäre nice. Das wäre richtig nice. Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. Boombox. Auch sehr coole Karte. Sehr lustige Karte. Angel of the Tithe. Noch ein Titan-Scorn. Angel of the Tithe. Ein cooler Reprint. Ein gebrauchter Reprint. Meiner Meinung nach. Wir sind bei den letzten sechs Boostern angekommen. Das zehn Minuten wie wir es sonst immer hatten. Dementsprechend ist das schon wirklich so ein kleiner Rush. Aber haben wir noch so einen Brawler. Tamil Ogni. Normales Land. Das ist ja weird. Das ist ja weird. So. Dieses, dass hier keine Liste drin ist, triggert mich halt echt hart. Ich muss sagen, ich mag die Liste ja unendlich. Ich bin ja ein Verfechter der Liste. Uh, Lookout. Uh, Wartbon Tyrant. Auch eine sehr coole Karte. Back for more. Wir haben immer noch keine Rare Foil. Glaube ich. Und weil ich die Liste halt so gut finde, muss ich halt sagen, finde ich es halt sehr schade, dass sie hier einfach nicht mehr drin ist. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Obeka. Imps Mischief. Eine sehr, sehr, sehr gute Karte für die Leute, die Spaß damit haben. Mein Nachbar ist ein sehr großer Fan dieser Karte tatsächlich. Und, äh, Obeka ist sowieso eine sehr witzige Karte. Die letzten drei Booster. Komm schon. Voll Rare. Voll Mythic. Irgendwas Heavy, Hitteriges muss hier doch noch drin sein. Three Steps Ahead. Murder. Das sind so voll Rare. And he joins up. Schade. Schade. Aber es heißt ja nicht, dass hier nicht immer noch irgendwas Cooles drin sein kann. Sekunde. Oh, Spy Bluff Kanal. Sehr gut. Und, uh, uh. Omen Path Journey mit Jace und Vraska. Äh, obersten fünf, äh, fünf Länder mit Diff und Namen die Exilen und können sie spielen. Okay. Komm an dir. Eine Karte, die auch immer mehr gespielt wird. Sehr, sehr cool. Und ein Duelist of the Mind noch in voll. Ja, das, äh, waren eine Menge Vollkarten. Äh, eine Menge Rare Karten. Das war nicht schlecht, aber dass ich die Hoffnung innerlich schon aufgegeben habe. Gucken wir uns das letzte Boosterchen an. Das letzte Boosterchen. Das letzte Boosterchen. Und wir haben einen Bonnie Paul. Der ist richtig mega. Thermal Agony und nichts. Das war das Display. Das Display war ganz cool. Das Display hat ein paar richtig coole Highlights. Also gerade diese, diese Vault Karten, die halt eigentlich so, naja, Fallout, Bioshock, irgendwas in diese Richtung sind. Ähm, finde ich mega. Finde das ganze Set auch sehr cool. Muss aber sagen, die Heavy Hits fehlen mir halt wirklich schwer. und das, es ist halt so, dass es irgendwie nicht so die krassesten Hits in dem Set drin sind. Das finde ich ein bisschen schade und am Ende des Tages muss man halt ein bisschen damit leben, dass man sowas halt vor sich hat. Es ist ein cooles Set, es hat in Deutsch sehr viel Witz. Also es ist eins der wenigen Sets, die ich in Deutsch an eurer Stelle spielen würde, weil in Deutsch gibt es hier richtig, richtig coole Sachen. Wie zum Beispiel den Kredit-High. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Denkt bitte dran, beim lieben Lip-Live vorbeizuschauen, wenn ihr irgendwelche Karten davon haben wollt. Daumen nach oben, liken, abonnieren, bei Patreon vorbeischauen, in der Videobeschreibung, Instagram, Facebook, mit der Mutter teilen, mit der Schwester teilen, irgendwas in dieser Richtung. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Aber Blacksit. Ciao, ciao. Ciao.